Wir haben eingeladen zum Nachhaltigkeitsworkshop und ich freue mich mit Ihnen jetzt über unser Thema Technologien der Zukunft diskutieren zu können. Vielen Dank. Es ist toll, mal über den Tellerrand zu gucken, zu schauen, welche Themen andere haben, wenn es um neue Technik geht. Insgesamt glaube ich, es ist ein sehr interessanter Austausch, weil wir ganz unterschiedliche Interessen haben und ganz unterschiedliche Vorstellungen, wohin die Reise mit der Technik gehen wird. Ich finde es total spannend und bringt mich weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind und vor allem, dass Sie sich so aktiv beteiligt haben. Wir haben jetzt eine Steilvorlage mit dieser Mindmap und mit dem Wissen, was wir heute mitgenommen haben und versprochen, es wird ein weiterer Workshop geben, zu diesem Thema, ähnlichen Thema hierauf aufbauend. Das nehmen wir mit und da werden wir uns in eine spitze Bewegung setzen. Mit Ihrer Unterstützung wird uns das sicherlich gelingen. Vielen Dank und gute und sichere Heimreise. Vielen Dank. Vielen Dank.